Willkommen zurück bei Nino Kuni 2. Hier können wir das Luftschiff rufen. Und dann werden wir auch erstmal direkt hier... Halt! Stopp! 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 Einmal hier landen, damit wir die Truhe hier mitnehmen können. Okay, wir werden langsam fliegen will mit diesem Landemodus. Waren wir da hinten schon drin? Ich glaube nicht. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob wir erst das Traumland da hinten machen. Man muss nur die richtige Stelle finden. Hier kann ich gar nicht rein, oder? Hier kann ich gar nicht rein, okay. Dann wieder abheben. So kommt man also an die hohen Truhe. Die Truhe habe ich nicht geholt. Okay. Die Musik Das ist doch auch eine Truhe die ich nicht habe. so schön verbunden abflug so jetzt aber da hinten die ja niemand ich muss war ich hier schon drin ah ok hier muss ich nicht hin ich weiß nicht ob wir hier schon drin waren wir werden sehen oh oh Sehr schön. Stimmt, das war blocken. Wieder mal vom Weg abgekommen. Alter, das Ding ist rot. Ich würde mal wissen, was für ein Level du hast, bevor ich dich angreife. Aber das sehe ich nicht, ne? Ach, der ist ja nur 53. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Aua! Jetzt ist er tot! Oh Gott! Okay. Es steht einfach so eine Chimera drin. Wow! Ein Infektring? Hier ist nichts? Okay. Schwupp! Weg! Ah! Und hier haben wir jetzt so ein Aura-Monster. Ach du Scheiße! 62! Ey Leute! Sorry! Das äh... Nein! Nein, 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 nein! Hier ist ein 62er-Monster. Also... Ah, ah! Das wäre wohl ein bisschen viel. Vor allem da noch mit Aura. Also... ... Hat eine Neumond-Mango? Ah, ja. Und ein 62er-Aura-Monster? Lieber nicht. Ja, da! Oh! Oh! Ah! Oh... Ja, neum... Oh... 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 Oh! Oh... 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 Gut, haben wir das auch registriert und es gibt's... Hä? Wo ist der Eingang? Achso, irgendwo hier unten. Alles versteckt hier. Ah, ich hätte auch mit dem Schiff anlegen können, wenn ich das... ok. Ich fang mal mehrere Wege, dann gehe ich erstmal hier lang, weil ich soll ja zu dem Anderen. Erstmal gucken, was es hier gibt. Da ist ein Auge an der Wand. Hier gibt's gar nichts. Ok, gut, ja. Außer ein passgenauer Knopf. Hm? Pass der sich immer der Größe an, die man braucht, oder wie soll ich das verstehen? Ach, die sind... Ach ja, hier hätte ich auch schon... Oh, da brauche ich ihn gleich mehr. Oh, ganz viel Gulden. Taufrisches Wasser. Ehrwürdige Stiefel. Oh ja. Echt ehrwürdige Echtlederstiefel. Ehrwürdig. Natürlich. Nur wenn man diese Stiefel trägt. Ich wollte doch eigentlich auch nochmal zur Fabrik. Der eine hatte doch wieder da was versteckt. Und hier gibt es so ein Traumtor. Ach du Scheiße, Leute. Wir werden natürlich, da wir schon mal hier sind, das Traumtor machen, ist ja klar. Schattenwasser. Das ist Schattenwasser? Das braucht Murena für den Impfstoff, oder? Ja, genau. Wir sollten es schnell nach Quastenfloss bringen, damit es den Aquamilis bald zur Verfügung gestellt werden kann. Na ja, sorry. Wir gehen erstmal eine Runde träumen. Und das wäre ich vorsichtshalber wie hier speichern. Ja, vorsichtshalber möchte ich speichern. Okay, das nächste Traumtor. Oh shit. Oh, schau mal jetzt direkt die Tür. Dann werde ich mich hier auch gar nicht groß weiter umgucken, sondern direkt hier durchmarschieren. Okay, sonst haben wir jetzt eine Sackgasse. Also schnell zurück. Im Moment ist alles normal, sagt C. Okay. Da ist die Tür. Hä? Hier passiert irgendwie nichts. Das macht mir gerade Angst. Wir treffen auf gar nichts. Keine Gegner, es ist nichts los hier. Ach du Scheiße. Das gefällt mir nicht. Es ist zu ruhig. Es ist zu ruhig. Okay, jetzt haben wir mal Gegner und hier stehen direkt zwei. So, mal gucken, was hast du. Die Leute nennen mich einen Wunderheiler. Weißt du warum? Weil ich mit nur einem Abend Verletzungen und Krankheiten heilen kann. Danke. Ja, dich brauchen wir nicht. Okay, hier ist Ende. Da ist Ende. Dann geht es also nur hier weiter. Und hier haben wir jetzt zum ersten Mal Gegner. Wow. Da ist die Tür. Ja, Roland übertreibt. Da vorne war noch eine Truhe. Hier. Was ist das? Stinken ist hart. Okay. So, rein da. So. Zack. War nichts drin. Hier ist Ende. Da ist die Tür. Ah ja, stimmt. Und da ist so eine Statue. Wieso ist hier so wenig los? Und es ist eine sichere Ebene. Okay, da ist klasse. Warum hier nichts los ist. Wir sind, wir sind auf Ebene 4. Äh. Hallo. Hurra. Au, gué, bing, hee. Hier schenkt uns einfach zwei Traumkugeln. Luffy. Oh, wie nett. Ja, dann werde ich die 5 oder wie viel die haben will, ihr geben. Dann sind wir wieder ganz am Anfang von Stufe 1. Und dann können wir uns gemütlich durch die anderen Räume. Äh. Hallo. Ja, 5 Traumkugeln. Ja, bitteschön. Deil. Auf zur nächsten Ebene. Okay. Immer umdrehen. Die Tür könnte immer hinter einem sein. Deswegen. Ah, ein paar Gegner. Da. Ah, haben schon gewonnen. Okay. Okay, wo bin ich lang? Äh. Ah, hier lang. Hier steht. Oh, hier sind auch ein paar Krüge. Ja. Ich gehe hier lang. Schauen wir mal. Ob das die richtige Entscheidung war. Jo, hier ist die Tür. Perfekt. Ah, ist das schön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Na, wer hat das gesagt? Boah, wir kommen hier recht richtig gut durch. Ist ja... Ha. Das läuft zu gut. Das läuft zu... Jetzt fühle ich mich gerade verarscht. Da ist noch nicht mal ein bisschen... Äh. Jetzt haben wir hier direkt die nächste Tür. Wir haben noch nicht mal die Hälfte von Schwierigkeitsniveau 1 voll. Also, das heißt jetzt... Äh. Äh, öh, 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 öh. Monster-Alarm. Ok. Das heißt, hier werden einige Monster sein. doch eben aber schnell dann vorbei gerannt wenn hier ende ist schaut mal hier steht auch einer ok danke für den knopf danke danke der kleine knopf hat uns ein knopf geschenkt bald hier bin ich doch her gekommen orientierung gerade weg da geht es dann alle freunde kommt schon ja je im immer wenn man gerade bei so gefahrniveau 2 scheiße ich glaube das ist die tür ja oh weiter ja weiter 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 und der part ist vorbei deswegen würde ich sagen wir machen hier beim nächsten mal weiter für heute war es das ich hoffe ihr seid da mit dabei und ich gehe mal hier hin damit das da oben nicht weiter läuft das gefahrniveau ich hoffe ihr seid beim nächsten mal mit dabei ich sage erstmal bis dahin und tschau